Hallo zusammen, heute sind wir am Start mit Sana und mir. Beginus Class, Hip Hop, viel Spass, so sieht sie aus. So, wunderbar, ihr habt es gesehen, ihr arbeitet das, ich bin im ganzen Tag überzeugt. Auf jeden Fall, die Momente vom Rafen machen wir schnell nur. Ihr kennt es schon, wir haben alles geswitcht, recht ist für euch auch rechts, ganz easy. Wunderbar, bist du ready? Ready. Let's go. Also, wir füllen an. Sieben, acht, wir pumpen den Knie putzen, eins, dann zwei, und zweimal pumpen, drei, vier, und. Den geht doch für eine Box so schnell, zackig. Okay, nochmal sieben, acht, das ist, eins, zwei, und drei, vier, und. Perfekt, machen wir gleich weiter. Und dann machen wir einen kleinen Kickball Change nach rechts. Wichtig, lernt den Kickball Change, den ihr noch nicht kennt. Kick, rüber, switch. Andere Seiten als gleiche, zuerst das rechte Bein pumpen, switch, rüber, hack, okay. Ein bisschen schneller, sieben, acht, wir machen eins, zwei, drei, und drei. Wenn wir das machen, nehmen wir den linken Hand auf. Kick, rüber, passen. Kick, rüber, passen. So simple ist das. Sieben, acht, wir machen eins, zwei, und drei, vier, und, fünf, und, ha, sieben, und. Bei dieser Chore ist wichtig, es ist eine schnelle Chore. Die Bewegungen sind nicht so schwierig, aber mit Kraft machen, sonst haben wir keinen Schock. Wunderbar. Das nächste Mal, sieben, weg, ab, wir machen eins, zwei, und, drei, vier, und, fünf, und, sechs, und, sieben, und, ha. Are we ready? Okay, wunderbar. Wichtig! Das Lied ist Chichi von Chris Brown. Es kommt dann über 30 Sekunden, 36 Sekunden ab, die wir haben hier wieder. Okay? Also, wir sind hier, ha, wir gehen weiter mit dem rechten Bein. Eins, schönes WC runter, zack, das Gleiche wieder, wum, ha. Wir kommen mit den Händen, wir sind quasi reingeschlagen, und reingeschlagen. Sieben, acht, wum, ha, und wum, ha, gerade gegenführen. Okay? Wir sind eins, zwei, drei, vier, und fünf, und sechs, sieben, und acht, eins, zwei, drei, vier, und jetzt gehen wir mit dem rechten Bein hinten. Fünf, Brustkopf, Füren drücken, den Kopf wieder nach vorne. Fünf, sechs. Jetzt jeweils schrauben, rücken den Kopf wieder nach vorne. Sieben, und dann ganz runter, acht. Wie gesagt, wenn ihr merkt, das ist viel schnell, dann machen wir doch nur das. Okay? Also, wir sind hier. Fünf, sechs, sieben, acht. So, machen wir gleich ein bisschen weiter. Wir machen eins, und zwei, drei, und vier. So, wir gehen einmal nach rechts, beide Hände schloh, einmal nach links, ha, beide Hände schloh. Schloh heisst für mich, die schloh. Kreuze, okay? Von der Top, sieben, acht, und noch eins, zwei, und drei, vier, und fünf, und sechs, sieben, gegenführen. Eins, zwei, drei, hinten, fünf, sechs, sieben, ha, eins, und zwei, und drei, und vier. So, wir gehen auf den Arsch, die Hände schloh, okay? Fragen nennen? Keine Fragen, ich wüsste, wie es geht, ja? Wir machen gleich weiter. Hopp! Wir gehen hier, um den rechten Bein, grobigen Führen, Push Führen, und Führen, und Schloh. Den haben wir vorher schon gemacht, in der gleichen Schere. Wir sind hier, Führen, Hinten, Führen, Schloh. Die Hände, wir sind hier, Führen, sechs, sieben, acht, und hier gehen wir Führen, eins. Jetzt, das heißt, wir dürfen hier, rechte Arme, linken annehmen, und hinten schloh. Dann über den Körper, abstellen, nach hinten, und stoppen. Okay? Wir sind, kick, raus, kick, raus, und rein, hoch, und rein, ab. Ganz genau. Yes? Schauen wir die Zahlen. Sieben, acht, eins, zwei, und drei, vier, und fünf, und sechs, sieben, und acht, und eins, zwei, und drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf, sechs, und sieben, acht. Für die, die es gesehen haben, von hier mache ich Hap, mit mein Bein schön aufhören, und sieben, acht. Okidoki. Machen wir gleich die letzte Mal, Schläge, von hier sagt Scharap, Scharap. Alle verstehen, was es ist. Ich mache Schada. Dann mache ich Schada. Dann gehe ich zusammen. Halleluja. Noch einmal. Schada. Schada. Jetzt Achtung mit dem Kreizen. Sieben. Und drinnen. Acht. Ich wünsche, ich habe mir ganze vier Achten zusammentesten. Ok? Noch einmal den gleichen Teil. Wir sehen. Acht. Fünf. Sechs. Und sieben. Acht. Und Schada. Schada. Zusammen. Und Ta. Und Da. Da. Sieben. Und acht. Eins. Zwei. Und eins. Und zwei. Und drei. Und drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Sechs. Und sieben. Acht. Jetzt Shut up. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Und sieben. Und acht. Aber immer entfernen. Haben wir gesehen. Ausgaben. Musik. Let's go! Also, ihr habt gesehen, das Hit ist mega schnell. Lass doch nicht irritieren. Langsam zuerst machen und dann immer schneller werden, damit du ein bisschen mit Musik konntest. Okay? Machen wir es neben der Musik? Eh, ohne Musik? Und dann gehen wir wieder rein. Okay? Perfekt. 7, 8. Wir machen. 1, 2 und 3, 4 und 5 und 5. Kick. Kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen. 1 und 4 und 3 und 4. 5, 6 und 7, 8. Shut up. Shut up. Oh, alles durch. Shut up. Shut up. Alles durch. Shut up. Pizza. Brille. Okidoki. Und dann machen wir den Rechtsschlag. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Einzel, Einzel, Doppel, Doppel. Meine Schüler wissen das. Hören sie selber an. Einzel, Einzel, Doppel, Doppel. Die Hände machen. Einzel, Einzel. Einzel, Doppel, Doppel. Die Hände machen. Einzel. Einzel. Hey, was willst du? Hey, was willst du? Hey, was willst du? Den linken Bein machen. Hey, was willst du? Hey, was willst du? Ganz eine kleine. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wichtig ist, 7, 8 machen. Das ist nicht zu groß, weil es Stress ist. 1, 2, 3, Schleier machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von hier haben wir den rechten Bein wieder hinein. Die Hand geht runter. Rechts. Zurück. Links. Zurück. Gleiches machen wir den Körpers. Chest-Pack. Chest-Pack. Die Hände gehen. Rausen. Und hinein. 7, 8 machen. Rausen. Und hinein. Was willst du? Ich bin hier. 7, 8. Was willst du? Ich bin hier. Ha. Perfekt. Einzel, Einzel, Doppel, Doppel. 7, 8. Einzel, Einzel, Doppel, Doppel. Einzel, Einzel, Doppel, Doppel. Was willst du? Ich bin hier. Ha. Yes? Es ist direkt nach dem Brille. 7, 8. Direkt direkt hinein. Wir sind angekommen. Was willst du? Ich bin hier. Und dann machen wir zwei kleine Easy-Schläge. Wir machen einen Slide. Wechselschritt. Rechts. Slide. Einer Stelle. Nochmal. Wir sind angekommen. Was willst du? Ich bin hier. Slide. Ich bin Slide. Ich bin Slide auf der Wasserbahn. Freestyle. Slide. Links. Rechts. Slide. Wo du auch Freestyle hast. Aber jetzt können wir zusammen sagen. Yes. Mach ich. Okay. Nochmal. Mal was machen wir vom Freestyle. Es ist 5, 6, 7. Einzel. 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 Doppel. Doppel. Einzel. Einzel. Doppel. Doppel. Was willst. Ha. Ich bin hier. Und Slide. 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 Reine. Perfekt. Wunderbar. Dann müssen wir mit der Musik von Anfang an probieren. Denken wir ein bisschen Checking. Zurück scrollen. Dann können wir nochmal anlügen. Okay. Let's go. Wie ihr gesehen habt. Ein Slide hoch. Slide. Ha. Jetzt von hier. Ich möchte von allen, dass ihr euren geistigen Freestyle auspackt. Ein 8er Freestyle. Slide. Ha. Da. Da. Machen wir das. Was wir für den letzten Schritt machen können. Boom. Rein. Boom. Rein. Dann gehen wir von hier hinauf. Ha. Und wir machen einen kleinen Slide. Dann haben wir es geschafft. Und. Schusszeit. Okay. Nochmal. Wir sind angekommen. Ein. Slap. 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 Und dann mal wieder Freestyle. Boom. 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 Vierschläge. Okay. Von hier geht ihr nach rechts. Rechts über. Klick. Links über. Klick. Dann geht ihr raus. Push. Geht leicht rein. Jetzt legt ihr Platz her. Und jetzt zum rechten Bein gehen. Und dann wieder Freestyle und Party machen. Tschüss sagen. Okay. Machen wir es mal kurz zu nehmen. Sieben. Acht. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und sieben. Achtung. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und dann eine Pause. Wichtig ist. Tanzen. Freestyle gehört auch zum Tanzen. Also nicht immer nur unter den Schiessen. Darum müsst ihr mindestens sechs Schläge weiter Freestyle und dann in eine Pause hineingehen. Okay? Okay? Let's go. Vier-p Ziyeck. Dez. Vier. iamente. Zwei. Zwei. Vier. Vier. Zwei. Zwei. Drei. monopolize. Zwei. Baikum. Zentvik. Taas Zwei. Z了z. T나as Zwei. 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 Z tren. Zwei. Vielen Dank, das war's schon wieder. Ich hoffe ihr wer habt Spass gehabt. Danke, sowie Ade, Sana. Wichtig ist jetzt aber, ihr müsst uns hier abonnieren, und hier müsst ihr die nächsten Choreos lernen lernen können. Wunderbar. Vergesst nicht, uns taggen, schön lernen, viel Spass, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.